Willkommen in meinem Atelier. Hier trage ich alle meine Inspirationen und meine Materialien zusammen und hier mache ich meinen Schmuck. Josephine Baker. Was für eine starke, emanzipierte, mutige und vor allem unbekümmerte Frau. Für mich ein absolutes Symbol ihrer Zeit und auch bis heute noch eigentlich die einzige, mit der ich direkt als Person Revue in Verbindung bringe. Um eine bestimmte Farbkombination zu erreichen, brauche ich oft ganz spezifische Farben, die ich wiederum nicht finde, weil die heutzutage nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, wir bemalen unsere Steine mit Spezialfarben selbst und erzielen dadurch andere Nuancen und neue Effekte. Mit dieser Kollektion möchte ich den Glamour von damals mit der Eleganz von heute zusammenbringen. www.oshoch.at.at.at.at.at.at.at.at. Their